haben wir ein beauty haul? weil ich die brauchte nochmal das sind auch gebrauchte sachen es ist scheiße aber mit den Haaren na ich mach mal die Haare los Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zuhause ich bin danni und heute gibt es ein dm beauty haul für den monat februar nein doch februar wenn dich das interessiert dann bleibt einfach dran februar ja wir haben schon märz aber februar ich war mal wieder im mal wieder? nach langer zeit im dm genau und habe ein paar sachen mitgenommen die ich brauchte und äh die ich nicht unbedingt brauchte aber die ich unbedingt mitnehmen wollte weil die neu sind weil ich die austesten möchte und weil sie mich sehr sehr angesprochen haben wir legen jetzt einfach mal los brauchte ich hier das ist ein kosmetiktüchlein kosmetik wer nennt man die? ähm kosmetiktücherkiste mit kosmetiktüchern und ja brauchte ich habe ich mitgenommen da gibt es jetzt nicht viel zu sagen sieht ganz hübsch aus dann war ich bei der l'oreal theke und habe neue long lasting liquid lipsticks entdeckt ähm ich weiß jetzt nicht wie die reihe heißt werde ich euch hier oben einblenden ähm und zwar ist das die farbe i rule von l'oreal die farbe 105 ähm ich werde es einfach mal austesten und euch eine kleine review darüber geben dann ähm war da so ein aufsteller ähm und zwar von Maybelline ähm ein aufsteller und zwar von Maybelline mit äh Puma ne also die haben eine zusammenarbeit mit Puma und äh die mascara hat mich sehr angesprochen äh was steht hier das ist alles in neonschrift kann ich gar nicht lesen äh smooth resistant mascara genau das war eine mascara das ist eine mascara die ähm äh ich glaube auch wasserfest ist oder wischfest oder irgendwie sowas ähm genau die habe ich mitgenommen dann bräuchte ich brauchte ich einen ähm Augenmakeup entferner ich habe mir einen von alverde geholt das steht jetzt im badezimmer ich habe den nämlich schon ausgetestet und äh äh ich hole den mal eben habe ich dieses alverde mitgenommen das ist ähm ein zweiphasen make-up entferner habe ich auch ausprobiert aber ich muss sagen ähm der brennt so ein bisschen an meine Augen ähm zum Glück habe ich das mit Zellenwasser mitgenommen von alverde ich weiß aber nicht ähm wie ich das vertrage muss ich austesten wenn ich halt mit dem Augenmakeup entferner nicht klarkomme wird er aussortiert und ähm das wird dann zum Einsatz kommen wenn das nicht funzt funzt dann ähm ja dann muss ich mir was Neues besorgen ich wollte die mal austesten ich weiß ähm wusste vorher nicht wie die so sind der ist nicht so gut kann ich jetzt schon sagen also für meine Augen nicht das weiß ich jetzt nicht oh ja dann ähm dann war ich äh und hab mich mal bei ähm bei den Badezusätzen von Dresdner Essence umgeschaut und ich war ich war so geschockt oder ich war mein Herz ist stehen geblieben äh ich war so aufgeregt oh mein Gott ich glaub's nicht ich war ähm ich war ähm ich hätte schreien können vor Freude weil meine Lieblings Dresdner Essence ähm Badesalze wieder im Sortiment zu haben sind und ich habe mir ähm ich also mein Backup vom letzten Sommer geht schon zu Ende und ähm ja die hatten das nicht mehr im Sortiment ist klar es war Wintersaison und da haben sie halt andere Sorten aber hier ich hab nicht ich wusste nicht dass das wieder reinkommt und äh ich hab dazu geschlagen ich konnte nicht anders und zwar geht es äh um Tag am Meer jo ich habe mich jetzt erstmal gut eingedeckt ich hab einfach den Karton genommen und äh alles umgekippt in mein Einkaufskörbchen ähm werde noch die anderen DMs abklappern die es bei uns äh in der Stadt gibt und äh ich werde die alle mitnehmen weil ich die einfach ähm ich mag die einfach äh vielleicht mögen die für andere nichts besonderes sein aber für mich ist es was besonderes das erinnert mich an den Urlaub an meinen Urlaub in Kroatien letztes Jahr die riechen sehr gut ähm sie färben das Wasser wunder wunderbar blau und ähm ja ich mag sie einfach und daneben stammt dann auch auch von vom letzten Sommer perfekter Moment ich finde auch das hier riecht wirklich sehr sehr gut und ähm woher riecht es dann das riecht richtig schön fruchtig warm das heißt auch pflege warm mit fruchtig warmen Duft harmonisierend und dieses ähm ähm dieses sag mal schnell Tag am Meer ist sanft und ausgleichend ein Sommerduft und pflegendem Kokosöl also ich finde die beiden Düfte ähm ganz ganz toll und da werde ich mich auch noch mal richtig richtig gut eindecken ich habe bisher nichts Vergleichbares gefunden doch daneben stand auch ähm was neu aber ich glaube ich weiß nicht ich bin mir nicht ganz sicher ob es das auch letztes Jahr gab und zwar diese hier diese Duftrichtung ähm hat mich auch sehr angesprochen ähm das Meer im Hintergrund ne erinnert mich auch wieder an Urlaub und ähm ähm vitalisierend einfach mal weg nennt sich das es riecht jetzt nicht so gut wie die anderen beiden doch riecht auch sehr gut doch Mensch ähm und zwar ist das äh ja auch keine Ahnung hier steht Pflegebad mit dem Duft nach Freiheit ja wer will das nicht ne genau ja also davon habe ich mir dann ähm vier Stück mit gemacht im Eingang hat mich äh sofort eine eine Aufsteller angesprochen und ihr kennt ja Judith Williams denke ich mir mal und ähm so die Pflegeserie mag ich äh hat mich jetzt nicht so angesprochen von ihr ähm aber jetzt hat sie ja ein äh quasi äh make-up dekorative Kosmetik rausgebracht und das hat mich wirklich sehr sehr angesprochen so das ist zum Beispiel die ähm Foundation Deckkraft Anti-Aging Foundation äh Judith noch mal von vorne Judith Anti-Aging Foundation ähm mit Hyaluronsäure mit Hyaluronsäure die Anti-Aging Foundation von Judith Williams Cosmetics punktet mit einem langen Halt einer hohen Deckkraft und einem natürlichen Finish also ich habe das ähm auf dem es gab nur eine Farbe ne also es gab keine verschiedenen Nuancen es gab nur eine Farbe und ich habe ähm den Testa ähm ausprobiert und passte also hat sich meine Haut sehr sehr gut angepasst ähm ich bin also hier ne äh ich bin gespannt wie das äh auf dem Gesicht sein wird ähm aber äh es war auch sehr weich ne also die Textur hat mir sehr gut gefallen ähm ich denke mal das ist eine getönte Tagespflege oder so ne ist auch ein Make-up aber ähm passt sich auch dem Hautton an easy and fast Make-up ähm mit Feuchtigkeit die auf wasser basierende seitige Emulsion passt sich ideal an den Törn an und deckt zart ab genau also da ist die Deckkraft wahrscheinlich höher bei der Foundation ähm als hier ich denke mal das wird ähm vergleichbar sein mit einer ähm ähm getönten Tagespflege und dazu gehört dann noch ähm ähm eine Mascara die wollte ich auch austesten ähm von der Judith mit Arganöl Midnight Black für Länge ähm und Volumen ja mache ich jetzt erstmal nicht auf werde ich in der Review einmal demonstrieren und ähm dann habe ich hier noch mitgenommen ähm genau ein Eyebrow Shaping Gel für die Augenbrauen äh Definition Verdichtung natürliches Finish habe ich auch ausprobiert im Tester und ähm man hat vorne so ein ähm Bürstchen so ein abgeflachtes Bürstchen äh die Farbe passte auch ganz gut ich glaube die hatte da ähm hatte die da mehrere Farben muss ich gleich mal werde ich gleich sowieso alles einblenden ich habe euch mitgenommen beim DM da gab es auch noch ähm Blushes und äh ich glaube Highlighter gab es da auch noch Lippenstifte die haben mir jetzt nicht so gut gefallen ähm ja was dabei war in meinem Haul das ist eine Eyeshadow Palette und ähm ja Farbintensität seitiges Finish und Pflege und zwar sieht das Ganze so aus und dann macht man es auf und da ist ein Spiegel mit dabei und dann diese vier wunderschöne Farben äh Brauntöne und ähm und ähm ich bin mit beim Tester da drüber gegangen und die Textur war richtig richtig ähm ähm seidig hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen hier ist dann auch ein ähm Pindelchen mit dabei ein Applikator und äh ich bin da echt gespannt ähm die Pigmentierung war war eigentlich ganz gut von dich aber das zeigt sich ja dann immer erst ähm auf dem Auge wenn man es äh verblendet ja das war mein ähm kleiner aber feiner DM Haul finde ich und äh ein Haul der mir sehr sehr viel Freude bereiten wird denke ich ähm beim benutzen und ausprobieren und wenn euch dieses Video gefallen hat dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und dann auch mal abonniert den Kanal und dann auch mal abonniert den Kanal und dann auch mal bei mir ist es mal bestaun Tschüss